Herzlich Willkommen zu einem neuen Bazaar-Video. Wir sind am Samstags-Bazaar in Alanya-Machmitglas. 50 die Nektarinen und die Apfirsiche. Erdbeeren 50, ist auch gut. Geiche 60. 60 die Kirsche. Diese hier 70. Mais 4 Stück 50. Guckt einfach selber. 40 die Paprika. 20 Wassermelone. Hier die Erdbeeren 80. 25 Wurzeln. 15 Radieschen, das Bund. Die sind auch sehr süß. Deswegen auch Teure 80. Kirschen 80. Grüne Pflaumen 60. 50 die Erdbeeren. 25 Zufrine. Kirschtomaten 30. Grüne Paprika rund 30. 50 die anderen auch alle 30. Bis auf die roten 60. 50. 40 die Bohnen, das ist gut. 50 die Kirschtomaten in allen Farben. 50 die Kirschtomaten in allen Farben. 5000. 100. 100 Wurzeln. 100 Wurzeln. 180 Wurzeln. 50 Wurzeln. 50 Wurzeln. 50 die Kirschtomaten in allen Farben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gehen dört Dört çeşit var, dört çeşit. Dört çeşit. Dört çeşit. Paptı. Sağlar mısın? Suriye'nin? Dört çeşit. Dört çeşit. Upstart anyone who is in the city. Aulder. O da malzemelerde. Das ist eine große Teile. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier war mal so ein Kleidergeschäft. Die haben da jetzt so ein kleines Lokal gemacht. Da hatte ich mir meine ganzen Kleider gekauft. Witzig. Die Miete war zu hoch, hat sie gesagt. Deswegen ist sie raus. Das ist ein kleines Restaurant. Da ist es wohl leer. Das ist ja Mini-Mini da drin. Das ist ja noch ein Kleidergeschäft. So meine Lieben, das war der Samstagsbasan. Für die Jahreszeit gar nicht mal so voll. Guckt mal, aber es ist auch Mittagszeit. Na, ich denke mal, nachmittags wird es voller werden. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag, wann immer ihr mir zugeschaut habt. Und habt einen schönen Urlaub. Die Ferienzeit steht an. Passt schön auf auf den Bazaaren mit den Stäben hier, dass euch nichts auf den Kopf fällt. Ich hoffe, dass euch das nicht auf den Kopf fällt, dass euch nicht auf den Kopf fällt, dass euch nicht auf den Kopf fällt. Ich hoffe, dass euch nicht auf den Kopf fällt, dass euch nicht auf den Kopf fällt, dass euch nicht auf den Kopf fällt.